Wir werden jetzt ein kleines, schönes Melodichenspielen von der allerersten Platte, die wir je zusammen gemacht haben. Aus dem Jahre 88, You Man in a Talk mit unserem gemeinsamen Kollegen vieler Jahre, Helmut Hatler, mit Nana Vasconcelos, mit, naja, brauchst du nicht alle aufzählen, im Feckel an Nana Vasconi war es nicht, das ist die andere. Lieblingslieder. 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 Amen. 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 Amen.